Yo, 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 ich hab die Lava ganz kurz weggemacht und hab noch ein bisschen hier alle geformt, sieht man ja hier, weil ich ganz einfach jetzt eine Form machen will, noch ein bisschen Stein, ja, eine Form machen will, ich, dafür muss ich jetzt erstmal noch ganz kurz ein bisschen Stein formen, oh, ich hoffe, jetzt geht's nicht kaputt jetzt, ah, gut, hier geht noch, sehr gut, wir brauchen nämlich noch ein bisschen Stein, um das zu erweitern, na gut, wir könnten, ja, doch, na, Frau Brahmajau wieder Wasser, das geht alles nicht, weil wir kein Wasser haben, hm, 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 müssen wir die Form hier irgendwelche unten bauen, na klar, müssen wir die Form hier bauen, ja, was ist das für ein Scheiß, geht's erstmal runter, was ist das, hackt's, ja, toll, shit, alter, hm, na gut, Boah, das ist so, Alter, das sieht so scheiße hier aus, man, na gut, Boah, das ist gleich wieder gescheit, was geht ab, man, Na, los, nicht nachgewachsen, nichts, ja, wie ich in der letzten Falle gesagt habe, wir bauen an dem Haus weiter, oder, oder mein Hals, ne, na, ha, 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 sehr schön, completed cake jump, na, 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 na ein bisschen dauern ja es ist sehr langweilig ich weiß nicht so toll leckfrei ist das könnte ich ja vieler ziel meist wo ihr es wie halb jahr bfm gehreiß 2 bäumchen also kann man ein holzhaus bauen ein holzhaus fast runtergefallen der werber ganz schön unwertvolle sachen ist wirklich so klein wenigstens das hier damit es ein bisschen stylischer aussieht so hier wird erstmal die baumform hier gibt es ja hier glaube ich sehr gut Das kann auch da wachsen, da dürfte das ja eigentlich auch noch da wachsen, da kann ich ja eigentlich auch noch, wow 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 wow, hier, 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 hier und hier. Eigentlich nicht, oder? Nein. Vergessen... ...was, ach so. Ich dachte grad. Aber kein Stein mehr. Ah, mein Holz? Ja, oder? Tschüss. wir haben uns ganz schön fehl gemacht mir keine spitzhacke mehr ja toll auch ganz schön fehl muss man erstmal hinkriegen m da ich sag mal so ist es sehr langweilig ich würde eh keine mehr zugucken wenn sie von teuren wenn jemand zuguckt schreibt ich ich in den in den die kommentare ja genau ich in die kommentare oder ich gucke noch zu keine ahnung nein das wollte ich eigentlich nicht lol die form reicht erstmal das wichtigste dann auf jeden fall erstmals die bäume sein warte mal ich hab's ne idee äh 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 ähm nur stand in der beschreibung ähm was machen wir denn jetzt wir haben kein holz äh äh ja ähm ja ähm doch wir können uns noch was äh ok ich würde sagen wir werden erstmal nicht mehr weit kommen ich will main wir lassen jetzt erst mal die ganzen also bis die drei bäume gewachsen sind oder ein zwei bäumchen da sind wir uns dann wieder nächste folge in der vierten folge sehen wir uns dann wieder ja ich werde dann jetzt noch mal schnell zu vorgehen und hinzugucken ja hier läuft dann halt nicht mehr so gut mein pc locks es ist das andere wo într muss sa boah jo hier bin ich aber bloß hingekommen wie weit muss der da springen alter macht denn der das jesus da dürfte etwas laufen können ja das ist vor er hat gekriegt ich habe gekauft ich sag mal so ich bin wo bin ich ich bin bis ich bin bis ich bin bis hierhin gekommen also ich dort ist ja immer checkpoints ich bin das immer höchstens bis zu dem eisbrot bekommen ja mit ohne die aufnahme halte ich 100 200 fps kann ich gerne mit dem handy film wenn er wollte ja immer bis vor die unten ist und dann gucken wir mal weiter dann sehen wir uns aber nächste folge ist die blocks die blocks sky blocks die blocks bald kommt eine server vorstellung wenn ich dort noch youtuber bin und ja und da war er ok wir sehen uns vorgeheben das gibt es noch mal einen schlag kommt gibt uns einen schlag kommt 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 juli 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 die menschler gewissag geben schlag geben schlag okay wir sehen uns beim nächsten nächsten mal können wir noch beim springen zugucken ok noch einmal spannend wo sind der wo sind der wenn man ein high five man die aufhinein länge ziehen ok leute ich meine 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 endbegrüßung ist immer disco panda oder euer ss glp steve gmps gb ok leute das was euer ss glp bis zur nächsten folge ciao